Jo Leute, jetzt gehen wir weiter. Und zwar bei der Brimstone Mine. Und zwar wir stocken jetzt. Brimstone Mine. Oh. Ich finde hier so langsam die Lust gerade. Aber bald... Also ich finde auch das Level von heute. Muss auch ein bisschen. Timing aber ist auch okay. Ist auch so schwer. Wie bei Megaman. Ne, Megaman habe ich schon nicht. Und will ich auch bisschen nicht. Was ich davon gehört habe. Ne. Okay. Schon das Zusehen eines Lens Plays mache ich schon so wütend. Und da werde ich übrigens fluchen. Ich habe da echt keine Lust drauf. Mann, der ist einfach zu zerstören. Warum kann der nicht... Ahhhh. Das sollte ich jetzt so einen einfachen Weg. Wer ist noch dran? Wer wird noch den Tisch hier in den Partner anlegen? Oh, es ist wirklich ein Molotov Cocktail. Ach ne, ich will das hier. Stirb. Wir haben den jetzt fertig. Nein. Ah. Ah. Hi. Ciao. Ah. Nein. Ah. Oha. Oha. Wir sind so gerade. Wir klettern, klettern, klettern. Wir klettern rüber. Rüber, rüber, rüber. Wohin auch immer. Ich glaube schon, hier geht's weiter. Ja. Jetzt wird ihr Gegner sein. Okay, jetzt wird die Gegner. Aber keinen, äh, zu ruten. Ja, auf jeden Fall. Nächster Feier. Oh, der ist gefährlich. Oha. Oha. Ich hab's mit einem Hit. Das ist ein One Hit. Ich grieb dich nicht zu treffen. Ja, du schießt nicht. Schaue. Das ist nicht schon. Also nicht direkt nichts zu missen, aber, eh weiß ich mich nicht. Oh. Da war ja jetzt nicht Akku. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht. die 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 Städte die Städte die Städte der Klammer die die das ist so die die Städte die 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 ich habe die gleichen Gedanken haben die und die die Geil benutzt es einfach und ich weiß es ist die die warum transportiert dieser Idiot auch da ist alles dahin jetzt dachte ich mir dass du da bist ok wir haben diesen die Oh, der war jetzt. Oh, der war jetzt. jetzt ist es wieder mal ein bisschen mehr, aber ich will es heute nicht wahrscheinlich heute, wenn ich es noch nicht durchspiele, aber... Hauptsache, äh, hälfte Spiels durch, das ist schon was. Warum will ich alles durchmachen? Also ich hab keine Ahnung, ich glaub nicht gesagt nicht, aber... naja... Mann, stirb endlich, du Sack! Ja, wir haben ihn. Ah, scheißer, jawoll. Runde... Ah, Mann, das ist ja noch schlimmer als beim Stau. Ja, Hand vor den Mund bitte. Ich will nicht so... und nicht mein Ton, und nicht mich. Oh! 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 Also, wer will sich mit Joe anlegen? Oh, Hand geraten. Und wir gehen jetzt weiter. Oh, das ist jetzt so eine spezielle Passage. Beide. Oh, das ist jetzt mal ein bisschen. Oh, das ist ja noch nie. Oh, das ist ja noch nie. Ich kann mal nicht da hoch. Okay, jetzt geht es weiter. Bei der Explosion wäre ich meine Beine tot. So in den nächsten Näher. Boah, da geht mir gleich mal eine Peitsche ein. Dornpatsche. Alter. Der verbringt nicht. Oh. Boah. Ich schieße einfach durch. Ja, was für ein Land die sind. Ich will nicht wissen wie ihre Frauen aussehen. Wahrscheinlich noch schlimmer. Oh man, ich bin schon gleich tot. Das ist nicht gut. Der holte gerade zum Schlag aus. Nein, oh verdammt. Das wird hier ein bisschen. Ich liebe die noch. Hier zum Schaupassen. Dieses Leben verlieren. Du Sack. Ich stirb. Ja. Oh die ist ein quindi. Okay, wir jumpen hier rüber. Oh ich hab da noch lange noch. die Sitzung Orts das trifft mich in heißen Luft was du sagst du triss mich hier nie ich habe ja alles mit der Schauflügel an sie investiert sie fällt toll und wenn ich viel Angst ich bin gar nicht, wenn ich jetzt sterbe oh ne nein, 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 stirb einfach nein ach du scheiße einfach durch egal wie die einfach durch ich habe keinen bock mehr zu kämpfen damit ich umdenken muss oh schaats weg ich gehe durch ich bin ich bin nur unvermeidbar ich muss aufpassen nein, nein, du du gibst mir oh, oh, man ja, das bekommst du nicht du Sack du bist hier schön, eine Stachelrad ist nie gesund Oh ja, endlich Oh, der Flammenwäffer Papier Die kommt so oder so Jawohl Jawohl, komm her Mit einem Haar bin ich durchgekommen Geil War eine gute Mission aber auch schwer war vorher Aber Okay Level-Ups Und wir haben das jetzt Die nächste Mission wird Dead Bridge Railway Aber okay Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen Ich habe gerade keine Lust mehr Noch vier Missionen müssen wir machen Und dann kommt die Spiel durch Okay Ich beende jetzt dies Ciao, wir sehen euer Infos in 2 Let's play Let's play Okay